Hallo und herzlich willkommen zu meinem Videotraining. Mein Name ist Ruka Hassler, ich bin Grafikdesigner, Autor und Dozent für Airbrush und Digitalpainting und zeige Ihnen, wie Sie mit Photoshop eine dramatische Science-Fiction-Szenerie erstellen. Die Videos richten sich an Anwender, die erste Erfahrungen mit Composings gesammelt haben und nun Ihre Kompositionen durch gemalte Elemente erweitern und verändern möchten. Mein Training unterstützt Sie ebenfalls im Umgang mit Ihrem Grafiktablett oder Pen-Display. Bei dem Motiv handelt es sich um ein fertiges Artwork von mir und ich gebe Ihnen in diesem Training einen Einblick in meinen recht einfachen Workflow. Zuerst zeige ich Ihnen, wie Sie die Raumschiffvorlage selbst konstruieren und vorbereiten. Dann führe ich Sie Schritt für Schritt durch das Freistellen des Objekts und die Positionierung in eine Fotolandschaft. Erweitern Sie dann Ihre Szenerie durch eine Berglandschaft mit Digitalpainting-Techniken und geben Sie dem Shuttle eine verwitterte Optik und bauen Sie zusätzliche Licht- und Schattenbereiche ein. Malen Sie futuristische Gebäude und geben Sie dem Motiv einfach eine Geschichte. Lichteffekte und Lichtstimmungen verleihen Ihrem Motiv den passenden Look dazu. Sie haben trotzdem jederzeit Möglichkeiten, Ihre eigenen Vorstellungen mit einzuarbeiten und viel Freiraum zum Ausprobieren. Als kleinen Ausflug ins klassische Malen zeige ich Ihnen gleich am Anfang, wie Sie mit der Airbrush-Technik Ihr Raumschiffmodell verwittern lassen und so steht Ihnen eine realistische Vorlage für Ihr Werk zur Verfügung. Unternehmen Sie mit mir Ihre ersten Schritte in die futuristische Illustration mit Photoshop-Composing und Digitalpainting-Techniken und schauen Sie quasi Backstage in meine Arbeitsweisen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit meinem Videotraining. Weiter beim Vanderpainting-Techniken Allezeit haben es gespannt, wie wir Ihnen heute imico Hauptraining können. Wir sind in der Zeugsensitarie. Umsatzmuth-Kommission Nun Gerade bis zum Kind aus, was wir nie mehrним Может werden. Sehr schön gut, Parteif stationary dabei, Ich alarum natürlich materiaisend